Jetzt müssen wir auch noch mit dem Verlierer reden. Ist das nicht schlimm? Ist das nicht schlimm hier? Sevi, gratuliere. Erste Frage, weil wir haben das vorhin mal anklingen lassen. Wenn du den Grenzbereich springst, dieser Schanzen, also 134, 135 Meter, ist es aus gesundheitlicher Sicht dann lieber zu kacheln oder ist das Risiko dann berechenbar, einen Teelermarkt zu setzen? Ja, der Springer, wenn der Sprung passt, dann setzt er es dann immer. Also es ist wirklich so, man versucht es immer. Das hat man einfach so drin. Und wenn man schon so einen geilen Sprung hat, dass man da ganz runter springt, dann macht man auch einen Teelermarkt. Und gerade der Kamil, also wenn man ihn kennt, weiß, dass er ein Sprung, kann er noch so gut sein. Aber wenn kein Teelermarkt ist am Schluss, dann gefällt er ihm sicher nicht. Und er hat es ja auch bravouros gemacht. Und ich glaube, auch wenn er sich direkt danach ans Knie gehalten hat, er wird es sicher gemerkt haben in dem Moment, weil der Impact ist erst mal da. Aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwas Größeres fehlt. Und hast du den Sprung oben noch registriert? Also so laut, wie die Leute geworden sind, habe ich schon gewusst, dass er ganz runtergegangen ist. Und dann habe ich auch gewusst, dass ich auch mit einer Luke weniger wirklich runterspringen muss. Und ja, ich habe mich einmal ganz kurz überdreht oben rüber und muss dann mal kurz nachgreifen. Und ja, dann reicht es halt um die paar Punkte nicht. Aber im Endeffekt, wenn man zweimal erst hat, einmal zweiter in drei springen, ist dann... Darf ich das so interpretieren, dass du einen klitzekleinen Fehler gemacht hast? Ja, ja. Also oben eben im ersten Drittel vom Flug habe ich einmal kurz viel gemacht. Und dann muss man halt kurz nochmal korrigieren und ein bisschen warten, bis der Ski wieder da ist. Und dann kann man erst weitermachen. Und deswegen, es wäre schon ein bisschen mehr drin gewesen, aber im Endeffekt... Wie gut ist man, wenn man mit solchen Fehlern leben kann? Meine Güte hier. Sag mal, eine eigene Bank legst du dir aber nicht zu, nein? Nö. Ist alles noch überschaubar? Alles überschaubar. Gut. Ich helfe dir, dass es noch mehr wird. Alles klar. Mach's gut. Danke. Danke.